hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute sherlock holmes um genau zu sein crimes of punishment und wir gehen direkt rein fang an ich will wissen wie das spiel ist ein gedenken an die himmlischen 100 der ukraine der schwarze peter das was deduktions symbol zeigt an dass einige ihre hinweise eine wichtige herleitung ergeben und somit ihre ermittlungen voranbringen können interessant sie haben sie haben einen wichtigen satz in einem dialog verpasst kein grund zur sorgen im sitzbuch finden sie das dialog protokoll fortfahren ok holmes holmes will you stop that herr watson quiet please I'm trying to concentrate ah Lestrade what is it this time he can see me well here it is and it's a good one mr. Holmes gentleman by the name of Peter Carey also known as black Peter has been murdered a sailor most probably what happened here Oh mr. Holmes how could you it's the only exercise I've had all week a grateful client from the mode sent me a vase collection this morning I couldn't think of a better use for it you're out of your mind I missed four out of ten given you were blindfolded that was very good can I have a try am I the only sane one here I suppose that Watson is right inspector a little brain work would be preferable now do please tell us more about black Peter Peter Carey born in 1845 and 50 years old an ambitious sort he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia retired in 1884 with a small fortune he invested his money in a property called Woodman's Lee near Forest Row in Sussex it was where he lived for six years and where he was found dead yesterday has the investigation already begun yes and no in fact this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there give me half an hour to prepare inspector take your time and join me there I have to go through the yard first the many men struck again what have they done this time they robbed the powder reserve I'll meet you at Woodman's Lee mr. Holmes I should help mrs. Hudson here I also have several appointments but I must keep this afternoon I shall go alone then Yeah, a lot of times I have to go through the die Maus etwas runter drehen. Ja, das ist schon viel interessanter. Cool. Also ich muss sagen, grafikmäßig. Geil. Kann ich mich nicht beschweren. Hat er das jetzt gespeichert? Ich habe kein Fadenkreuz. Ah, das ist doch schon mal viel besser. Ihre Vorstellungstalent hilft Ihnen dabei Objekte und Ereignisse zu visualisieren, nur in bestimmten Situationen verfolgen. Ihr wisst schon. Konzentrieren sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Person entgehen können. Okay. Brennen. Okay. Caps Lock ist dann komplett rennen, also dass ich nicht mal mehr Shift drücken muss. Was war noch? Herleitungsbereich ist B. Das, das Talent aktivieren. Erst Perspektive wechseln. Okay. Caps Lock rennen, F1 Hilfe. Ja, gut. So, B ist das. Okay. Ähm, wo habe ich denn einen Schrank? Hallo? What a mess. What a terrible mess. Ja, gut. Äh, nein. Ich will noch nicht raus. Das ist Watson sein Zimmer. Okay. Oh. Okay. Oh. My archive. I can always consult with it if needed. This is where I keep my post. Wow. My archive. I can always consult with it if needed. Wow. Der ist so ein cooles Zimmer. Schminktisch. Oh, oh. Oh. Kann ich mich da schminken. Geil! Ach du Heimatland! Es ist alles gesperrt! Hilfe! Kleiderschrank, was können wir denn anziehen? Brauner Anzug! Na grün, nicht so! Das Set gefällt mir Rot-Schwarz! Bandit, Brauernkleidung, Morkenmantel, Seemann! Ach du Heimatland! Wir nehmen den Freizeitanzug! Bin ich jetzt so angezogen? Ja! Gibt es hier noch irgendwas? Nö! Oh, ne Runde Schach! Schönes Spiel! Ja gut! Ja, komm, wir gehen! Äh, Woodmenzley! Wer das alles lesen möchte, drückt bitte mal auf Pause! Denn ich werde das nur schnell überfliegen! Und ja! Und ja! Ich habe mich doch! Ich habe mir doch was zum Anziehen ausgesucht! Muss ja nicht unbedingt ein Anzug sein! Okay! Mr. Holmes! Ich bin hier! Komm schon! Ach da hinten! Es scheint, dass der Garten gut gehalten wurde. Hallo! Hallo! Ich habe doch Tab offen! Ach, okay! Na ja! Wir gehen mal ganz kurz da rüber! Na ja! Wir gehen mal ganz kurz da rüber! Wir gehen mal ganz kurz! Wir gehen mal ganz kurz! Wir gehen mal ganz kurz! Wir gehen mal ganz kurz, Mrs. Carey! Ich versuche Sie! Ich versuche Sie zu Herrn Sherlock Holmes! Er ist ein Detektiv! Keine Ahnung, Sie haben ihn gehört! Ich warte für Sie in der Kabinie, Herr Holmes! Mein Dank, Mrs. Carey! Danke, Herr Holmes! Wir gehen mal ganz kurz! Ah! Interessant! Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no. I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well-maintained. Do you employ someone to look after it? It is true there is a lot of work, but my husband took care of it himself. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you, soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Hans. Oh my goodness, but how do you know about that? What the hell? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you, soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, Madam. Okay. Das ist interessant. Wie es aber weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr erst einen Daumen nach oben da habt, lasst Kommentare da. Und ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter zocken. Mir gefällt das persönlich sehr gut. Und es ist mal eine Abwechslung zu den ganzen Horrorgames. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye-bye. Bis dann ist es Untertitelung des ZDF, 2020